hey friends herzlich willkommen zu einem neuen vlog schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ja wir haben es endlich auf die insel geschafft wir sind gestern gelandet es war ein wunder wunderschöner flug falls ihr es nicht gesehen habt auf meiner instagram story habe ich alles dazu aufgenommen heute sind wir in buracay das ist eine sehr sehr bekannte touristeninsel würde ich jetzt mal so behaupten neben palawan denn unsere ersten eindrücke von gestern abend war sehr voll aber wir wollen uns das trotzdem alles mal genauer anschauen und deshalb haben wir uns jetzt so ein hop on hop off bus ticket geholt das haben wir uns hier in der rezeption geholt in unserem eigenen hostel du kannst den verschiedenen tagespass aussuchen und dann kannst du den von morgens bis abends also eigentlich den ganzen tag nutzen und überall einsteigen und aussteigen richtig praktisch um einfach mal sich ein bild zu verschaffen von der insel also ja letztes hier in deutschland der guckt dich an und fahrt weiter leute hier ist die hop on hop off haltestellen und der bus ist einfach weiter gefahren naja dann warten wir auf die nächste bevor dieser vlog aber noch mal so richtig startet und wir euch eindrücke zeigen von dieser insel sage ich euch auch noch mal warum ihr auf jeden fall vorakai nicht überspringen sollte wenn ihr auf den philippinen seid vorakai ist bekannt für seine traumhaften strände es gibt hier den white beach und den kukashell beach super bekannt und nicht nur tagsüber sondern auch zum sonnenuntergang ja sollte man auf jeden fall nicht verpassen und es gibt hier super viele unzählige wassersport aktivitäten also ihr könnt hier einen tauchschein machen ihr könnt hier schnorcheln ihr könnt unglaublich viel shoppen souvenirs shoppen ihr könnt die philippinische küche probieren kitesurfing parasailing ihr könnt sogar einen helikopterflug über die insel machen also es gibt hier super viel zu erleben deswegen lohnt es sich auf jeden fall ich bin allerdings der meinung dass es etwas teurer ist dadurch dass es halt hier so viel tourismus und so viel angebot gibt die insel war sogar 2018 geschlossen man konnte hier nicht drauf weil die ein tourismus problem hatten dadurch dass es so viel tourismus gab sind nicht mehr hinterher gekommen um die resorts fertig zu bauen und hatten dann ein umweltproblem weshalb auch super viel müll entstanden ist und die dadurch auch das wasser verschmutzt haben weshalb es dann dadurch so eine maßnahme gab dass diese insel erstmal geschlossen wird und erstmal alles fertig gestellt wird also ja super interessant auch noch mal zu wissen um auch sicher mal ein bild zu verschaffen wie krass beliebt diese insel ist wie viel tourismus es hier gibt also das sollte man auf jeden fall wissen bevor man herkommen sollte sich auf jeden fall darauf einstellen aber ich finde halt zur abwechslung ist es mal ganz angenehm von so total einsamen stränden und nur so local inseln mal auf so eine richtige tourismus insel zu landen ja die mischung macht es einfach beim reisen also solltet ihr vielleicht wissen wenn ihr hierher kommen wolltet aber sollte das trotzdem überspringen also lasst uns herausfinden ob es sich wirklich auch wirklich wirklich lohnt und ja wir werden ja das mal hier warten bis unser bus kommt und dann geht es weiter so wir haben den nächsten bus jetzt gecatcht und es ist eigentlich richtig easy du steigst einfach ein und hier ist halt ein mitarbeiter dem gibst du deine kart und der scannt es und jetzt und gucken mal wo wir gleich aussteigen werden wir sind jetzt in unserem ersten stopp angekommen die city mall da gucken wir jetzt erst mal vielleicht finden wir ein schönes käffchen oder so so ein eiscafé und ja vielleicht noch neue flip flops für mich weil meine sind leider kaputt gegangen gucken wir einfach morgen ja leute zeig euch einmal die mall da kommt man rein da sind hier so ein paar stände und da ist man auch schon das ende so wir sind durch zwei minuten gedauert ja also wenn ihr hier seid erwartet nicht zu viel ist eine ganz ganz kleine wir sind jetzt an unserem eigentlichen ersten ziel angekommen neben puka beach das ist ein sehr beliebter strand hier und bevor man da hin kommt sind diese ganz viele souvenir shops und so und hier gibt es auch frische shakes wir gucken mal ob wir hier jetzt ein shake trinken oder nicht und dann gehen wir zum beach so es gibt jetzt ein mango shake für mich starte niemals einen tag auf den philippinen ohne einen mango shake das ist so die regel hier nach gegen guckt sich ein bisschen um genau und dann schauen wir mal am besten am strand vorbei nicht wir sind jetzt hier am strand am wasser ja leute es ist einfach kalt kalt kaltes wasser hier badet auch keiner nicht die leute schön hier am strand ja das verstehe ich nicht das wasser ist so kalt wie in der strafe in der ostsee ist trotzdem wunderschöne leute wir haben den ganzen tag dort eigentlich verbracht haben uns gesund haben uns ein bisschen entspannt abgeschlafen geschlafen genau so wie hat geschlafen die maus und jetzt sind wir noch mal an den white beach gefahren um hier den wunderschönen sonnenuntergang zu beobachten ja und hier ist auch so einiges los einiges leute so willkommen bei tausend und eine nacht na wir sind auf den philippinen aber essen orientalisch wir sind jetzt in einem arabischen restaurant geladen äh gelandet ähm es ist tatsächlich verhältnismäßig eines der günstigsten hier und ähm ich habe jetzt hier so ein mozzarella shawarma wrap mit so dips dann haben wir uns noch pommes hier alle zum taillen gut jeden hat irgendwie so shawarma mit reisbowl und du hast hier so spieße wow und ähm mese und dazu haben wir alle so einen calamansi iced tea in so einer blechtrommel und ja das gönnen wir uns jetzt und dann schmieden wir mal ein paar pläne für heute abend na genau guten appetit so wir sind jetzt wieder im hostel machen uns einmal fresh und dann wollen wir noch ein bisschen raus gehen ein bisschen die bars abchecken und ja wir hatten einen wunderschönen tag war sehr entspannt am strand war sehr schön eben waren wir noch lecker essen und ja mal schauen was uns dann gleich noch erwartet wir haben eine kakteere bestellt und guck mal, unsere Gläufe ist immer noch voll, weil der Barkeeper uns schon dreimal wieder das aufgelöst hat. Wir haben es mal bis vier geklappt und er füllt es immer wieder aus. Also, ja, und wir bekommen auch die ganze Zeit Shots. Wir haben einmal bis drei. Soll, drei. Und du hast eine Cola. Naja, cheers. So, was haben wir jetzt bekommen? Rainbow Shots. Na dann? Also, ich weiß nicht. Chin, chin. Chin, chin. Cool. Cheers. Cheers. Leute, wir haben uns gerade ein Ticket für die Vollmond-Karte morgen geholt, die bis zum Sonnenaufgleich ist. Und jetzt kommt, wir haben uns fürs Speed-Dating hier gespielt. So, tomorrow's Speed-Dating, are you ready for it? I'm not grounded, I'm married. I'm married. You're married. Guten Morgen, liebe Freunde. Good morning. Ja, wie ihr gesehen habt, waren wir gestern auch ein Cocktail trinken, aber dann sind wir auch nach Hause gegangen. Na, ein Cocktail, daraus wurden dann irgendwie ganz, ganz viele. Ach so, ja, weil es wird immer nachgeschenkt, aber gut. Ja, jedenfalls haben wir heute geplant, ein bisschen shoppen zu gehen, ein bisschen durch die Läden zu stöbern. Und danach wollen wir noch ein bisschen am Beach chillen. Weil, guckt euch das mal bitte an. Guckt ihr das an. Und, ähm, ja, hier sind sehr viele Verkäufer, aber Leute, es ist einfach der White Beach schlechthin. Ja, deswegen müssen wir nachher mal noch ein bisschen hier die Zeit nutzen, um auf dem Strand zu chillen, ein paar Fotos zu machen. Und dann sind wir heute Abend auf einer Fullmoon-Party auf den Philippinen. Die geht bis zum Sonnenaufgang. Und dies war wirklich. Ja, genau. Hoffentlich. Weil es regnet nicht, zumindest soll es nicht regnen. Wer sich noch an Thailand-Fullmoon-Party erinnern kann, da musste das ja dann alles schnell beendet werden, ne? Da ist alles ins Wasser gefallen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ja, wir gehen jetzt ein bisschen shoppen. So, Friends, für uns gibt es jetzt hier erstmal ein Bubble-Tea bei Tiger Sugar. Das Coole ist, wir bekommen 10%, weil wir diese Hop-on-Hop-off-Bus-Tickets haben. Also, wir haben die jetzt einfach vorgezeigt und dann haben wir 10% bekommen. Na, erstmal ein Bubble-Tea zum Frühstück. So, wir wurden leider nicht fündig. Wir wollten ja eigentlich irgendwie mal einen neuen Bikini und neue Kleider shoppen. Aber es ist halt alles sehr so touristisch angelegt. Also, es ist souvenirmäßig. Ganz viele T-Shirts, wo Rakaai draufsteht. Ganz warm und überall Flip-Flops. Und ja, deswegen sind wir dann nicht fündig geworden. Aber es ist nicht so schlimm. Wir suchen uns jetzt ein schönes Lokal hier in der ersten Reihe und holen uns mal ein Käffchen und genießen dann diese wunderschöne Aussicht. Das ist jetzt erstmal der Plan. Und dann schauen wir mal, wie lange wir das machen. So, meine Lieben, wir haben jetzt ein Lokal gefunden und schlürfen jetzt unsere Cocktails mit dieser Aussicht. Das ist so schön. Und beobachten hier schön die Leute. Quatschen hier ein bisschen. Jeden ist hier schon wieder hart am Arbeiten für das nächste YouTube-Video, ne? Und später geht's dann auf eine Fullmoon-Party und wir machen halt wirklich Leute, das ist ein Totlachen, Speed-Dating. Wir machen einfach Speed-Dating. Wir wurden einfach gestern bequatscht und haben einfach zugestimmt und haben uns registriert. Und ja, wir drei sexy Chica-Single-Ladies werden dann heute einfach Speed-Daten, ne? So ist es. Bist du aufgeregt? Es gibt zehn Free-Shots. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, oder? Vielleicht, man weiß es nicht. Another day, another sunset. Und ganz viele Menschen. Viel zu viele. Also hier ist es ja unnormal. Also es ist besser Besucher als auf irgendeinem Konzert. Alles. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Hause und dann machen wir uns ready für den Abend und dann essen wir was. Und dann werden wir wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich Speed-Dating einfach überschwingen. Wir haben doch nicht die Eier in der Hose. Hallo. Wir sind fresh für den Abend. Wir gehen jetzt was essen, dann gehen wir was trinken und dann gehen wir zur Full-Moon-Party. Until sunrise. Genau. Genau, also wir gehen auf so eine Beach-Party und die geht halt bis Sonnenaufgang. Mal sehen, ob wir so lange da bleiben. Das schauen wir dann. Mal gucken. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Also viel Spaß. So Freunde, wir sind jetzt bei Muni Muni. Hier gibt es für 5 Euro eine Stunde lang alle Cocktails. Und wir haben ein Mädel kennengelernt auf einer anderen Insel. Mit der sind wir ja jetzt schon seit zwei Tagen unterwegs. Und wir haben eben zwei andere Güste kennengelernt in unserem Hostel. Und die sind jetzt auch hierher gekommen. Also sind wir jetzt zu 5 und machen uns schöne Girls' Night. Und das ist unser Tisch. Das sind die Chicas für heute Abend. Hallo, grüßt euch doch erstmal. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Beach-Party. Und gehen gerade hier so einen dunklen Weg entlang, weshalb ich hier eine Taschenlampe in der Hand halte. Auf jeden Fall haben wir die Happy Hour gut genutzt. Und sind jetzt zu 5 unterwegs. Leider regnet es einfach gerade. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Pech. Also irgendwie... Jemand macht irgendwie Auge. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall schauen wir mal, dass wir jetzt zur Beach-Party kommen. Weil die ist auf der anderen Seite. Und dann gucken wir mal, was da abgeht. Tschüss. 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 Musik Ja, die Party war ganz, ganz wild. Wir hatten super viel Spaß. Es hat einfach so Spaß gemacht. Wir waren um 5 Uhr dann zu Hause. Und wie ihr seht, waren wir jetzt den ganzen Tag am Strand. Und es ist jetzt auch gleich wieder Sonnenuntergang. Auf jeden Fall bleiben wir hier noch über eine Woche. Und wir mussten euch jetzt, also wir müssen jetzt einen Cut machen, weil es ist Sonntag. Ihr wollt was von uns sehen. Also ja, wir machen jetzt einen Cut an dieser Stelle. Und am Sonntag nächste Woche geht es dann mit diesem Vlog hier weiter. Also wir teilen ihn praktisch in zwei ein. Also ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir konnten euch ein bisschen das Nachtleben zeigen. Ein bisschen die Insel, die zwei wunderschönen Strände. Es gibt hier auf jeden Fall noch einiges zu entdecken. Also schaut auf jeden Fall nächste Woche Sonntag wieder um 18 Uhr rein. Danneschön. Ja.